Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht's hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und damit auch mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne berichten möchte. Mark Gerardo und Janir Cox treffen zum ersten Mal im Jahr 1986 aufeinander, als beide noch Teenager sind. Sie leben zu dieser Zeit in Fort Wayne, einer Stadt im US-Bundesstaat Indiana, wo Janir Mark in einer Taco Bell Filiale sein Essen serviert. Mark hat später erzählt, dass als er sie da in ihrer braunen Taco Bell Uniform zum ersten Mal gesehen hat, wie sie diesen ganzen Laden mit einem breiten Lächeln im Gesicht unter Kontrolle hatte, dass er sofort begeistert von ihr war. Und trotzdem wird es noch eine ganze Zeit lang dauern, bis aus Janir und Mark ein Paar werden wird. Und das, obwohl sie sich nach diesem einen Moment bei Taco Bell immer wieder über den Weg laufen und wenn sie sich sehen, auch gut verstehen. Anfang 1989 fangen die beiden dann aber regelmäßig an, miteinander auszugehen, kommen letztendlich auch fest zusammen und sind unzertrennlich. Bevor ich euch jetzt über die kommenden Jahre und auch das, was in der Beziehung zwischen Janir und Mark passieren wird, erzähle, müssen wir erst noch einmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Denn es ist äußerst wichtig, wie ich finde, etwas über den jeweiligen Charakter dieser beiden Menschen zu erfahren, um zumindest einen kleinen Einblick in diese Ehe und auch in die Zeit vor der Ehe der Gerardos zu bekommen. Janir Cox lebt seit ihrer Geburt im September 1970 gemeinsam mit ihren Eltern Earl und Becky Cox und auch ihrer jüngeren Schwester Jill in Fort Wayne. Die Familie Cox hat nicht sehr viel Geld. Trotzdem versuchen sie alles, ihren beiden Töchtern, ja, die beste Zukunft, die bestmögliche Zukunft zu sichern. Darum kratzen sie auch jeden Cent, den sie haben, zusammen, um ihre beiden Kinder auf eine katholische Privatschule zu schicken. Jean wird als Freigeist beschrieben. Sie ist im Cheerleading-Team ihrer Schule, fährt an den Wochenenden alleine mit ihrem Auto auf Konzerte ihrer Lieblingsband Kiss und wenn sie keine Lust hat, mit ihrer Familie in die Kirche zu gehen, lässt sie es gerne auch mal auf einen heftigen Streit am Sonntagmorgen ankommen, um ihren Willen durchzusetzen. Janir geht immer ihren eigenen Weg und Ratschläge von außen nimmt sie sehr selten an. Vor allem mit ihrem Vater gerät sie deswegen bereits als Kind, vor allen Dingen aber später als Jugendliche immer wieder heftig aneinander. Ihrem zukünftigen Ehemann Marc hat sie dann auch einmal viele Jahre später erzählt, dass sie sich mit ihrem Vater eigentlich nie verstanden hat und dass er ohnehin zu viel trank. Janir hat so gut wie keine Freunde. Zwar ist sie, das hatte ich euch vorhin schon erzählt, während ihrer Highschool-Zeit im Cheerleading-Team, allerdings knüpft sie auch dort keine engeren Kontakte oder schließt Freundschaften. Sie ist eine Einzelgängerin. Die Frage bleibt allerdings offen, ob sie eine Einzelgängerin ist, weil sie selbst das ganz bewusst so möchte oder ob es vielleicht doch etwas mit ihrem Charakter zu tun hat. Denn Janir ist im Umgang mit anderen, naja, sagen wir mal, schwierig. Denn Jean hatte, so habe ich das zumindest bei meiner Recherche wahrgenommen, wohl keinen Filter. Was immer sie denkt, sie sagt es. Was immer sie fühlt, sie zeigt es. Und das ist ja jetzt im Prinzip zuallererst einmal nicht unbedingt gleich etwas Schlechtes. Allerdings kann man eben anderen Menschen, die einem sehr nahe stehen oder die man gerade erst kennengelernt hat oder die man überhaupt nicht kennt, schnell verletzen, wenn man der Meinung ist, dass man immer direkt alles sagen muss, was man sich denkt, anstatt vielleicht doch ein wenig abzuwägen, ob das, was man sich gerade denkt, jetzt wirklich gesagt werden muss oder nicht. Aber genau das war für Janir nicht möglich. Mit ihrer direkten, bestimmenden und oftmals auch überheblichen Art wirkt Janir darum auf viele Menschen im ersten Moment wohl unsympathisch. Vor allen Dingen aber auch unberechenbar. Und mit dieser ungefilterten Weise, wie sie eben durchs Leben geht und kommuniziert, stößt sie viele Menschen vor den Kopf. Als Jean dann aber jetzt gegen Ende ihrer Highschool-Zeit auf Marc Gerardo trifft, ist dieser begeistert von ihr. Vielleicht auch deswegen, weil er das genaue Gegenteil zu ihr ist. Denn Marc Gerardo ist ein lockerer, aufgeschlossener, sympathischer, allseits beliebter Kerl mit einem großen Freundeskreis. Und er versteht sich im Prinzip mit jedem. Und wenn er sich dann doch irgendwie mal mit jemand nicht gut versteht, dann schafft er es, zumindest sich zu arrangieren. Und das ist auch kein Wunder, denn Marc hat neun Geschwister. Bei fünf Brüdern und vier Schwestern gehört also, dass sich arrangieren müssen in so einer Großfamilie praktisch zum Tagesgeschäft. Und Marc muss sich auch an Regeln halten. Sein Vater ist im Gegensatz zu seiner Mutter äußerst streng und dominant und versucht, die Familie zusammenzuhalten. Einfach mal machen, wonach einem gerade der Sinn steht, ist für Marc nicht möglich. Und jetzt trifft er auf diesen Freigeist Janir und ist begeistert und beeindruckt von der Art und Weise, wie sie kommuniziert und wie sie eben auch durchs Leben geht. Ganz im Gegensatz zu Marc's Freundeskreis. Niemand kann Janir wirklich leiden. Denn auch als Marc's Freunde sie kennenlernen, nachdem die beiden dann 1989 ein Paar werden, macht sie mit ihrer direkten, oder wie es Marc's bester Freund Mike später ausgedrückt hat, taktlosen Art und Weise einfach keinen guten Eindruck. Außerdem fiel Marc's Freundeskreis dann auch in der folgenden Zeit immer mehr auf, wie besitzergreifend und vereinnahmend Janir ist. Vieles, was Marc vorher gemeinsam mit seinen Freunden gemacht hat, tat er auf einmal nicht mehr. Janir hatte darauf einfach keine Lust. Es dauert also nicht sehr lange und Marc lässt sich immer weniger bei seinen Freunden blicken. Eines Tages nimmt ihn sein bester Freund Mike zur Seite und sagt ihm ganz klar seine Meinung, dass er findet, dass Janir nicht die richtige für ihn ist. Und er warnt ihn davor, mit ihr einen Schritt weiter zu gehen, zum Beispiel mit ihr zusammenzuziehen oder ihr einen Heiratsantrag zu machen. Er bittet Marc noch einmal gut darüber nachzudenken. Nach diesem Gespräch ist Marc allerdings sehr wütend. Er liebt Janir. Er möchte mit ihr zusammen sein und plant eine gemeinsame Zukunft mit dieser Frau. Und das sagt er seinen Freunden auch ganz klar. Nachdem Marc dann im Jahr 1993 seinen Abschluss in Grafikdesign an der St. Francis University in Indiana abgeschlossen und einen gut bezahlten Job als Immobilienentwickler in einer großen Werbeagentur bekommt, hält er wenige Wochen später um Janirs Hand an. Im Oktober 1993 dann, Marc ist 25, Janir 23 Jahre alt, Da heiraten die beiden und ziehen nach der Hochzeit gemeinsam in ein großes Haus in Fort Wayne. Das Ehepaar Gerardo führt jetzt in den folgenden Jahren, so scheint es, ein gutes und normales Leben. Marc hatte bereits seit seinen Kindertagen eine tiefe Liebe zu Hunden entwickelt. Vor allen Dingen die Rasse Golden Red River hatten es ihm besonders angetan. Es gibt kaum ein Bild von Marc, wo er nicht irgendwie mit einem seiner Hunde zu sehen ist. Und auch Janir hat er dann mit der Liebe und Leidenschaft zu diesen Tieren angesteckt. Beide sind gerne mit ihren Hunden draußen unterwegs. Ohnehin, auch wenn sie vom Charakter her doch sehr unterschiedlich waren, es gab auch Gemeinsamkeiten, die sie hatten. Wie zum Beispiel die Liebe zur Natur, Reisen, Sport oder einfach gemeinsam draußen unterwegs zu sein. Immer zusammen mit ihren Hunden. Doch auch jetzt in den Jahren nach ihrer Hochzeit gibt es meist eben nur die beiden. Auch hier wieder, ein Freundeskreis ist nicht auszumachen. Und wenn sie dann doch mal irgendwo hingingen, dann waren es eben meist nur die beiden. Menschen, die sie doch etwas näher kannten, haben dann auch später berichtet, dass Janir der Boss in dieser Beziehung war. Was sie wollte, das wurde am Ende dann immer gemacht. Und was sie nicht wollte, das wurde dann letztendlich nicht gemacht. Doch auch beruflich läuft es sehr gut für die Gerados. Fünf Jahre nach der Hochzeit gründen sie gemeinsam ihre eigene Branding-Agentur. Marc ist der Creative Director, Janir die Marketing Operation Managerin und Gerado Inc., ihre eigene Firma, läuft in den nächsten zehn Jahren äußerst gut. Doch dann im Jahr 2008 geht mit der weltweiten Finanzkrise alles den Bach hinunter für das Paar. Die Firma der Gerados wird aufgelöst und was folgt, sind immense finanzielle Probleme und große Auseinandersetzungen und Streitereien. Ich habe bei meiner Recherche gelesen, dass es einmal zu einer Situation in dem Lieblingsrestaurant von Janir und Marc gekommen ist, bei der die beiden auch lauthals angefangen haben, am Tisch zu streiten, als plötzlich Janir ihr volles Weinglas genommen und es Marc ins Gesicht geschüttet hat. Man sieht also, die Stimmung ist äußerst schlecht. Es gibt viele Anspannungen und Auseinandersetzungen in dieser Zeit in ihrer Ehe. Doch Marc und Janir versuchen, sich zusammenzuraufen und Lösungen für diese Probleme zu finden. Und das Glück ist auch auf ihrer Seite, denn ganz bald kommen wieder bessere Zeiten. Denn im November 2011 bekommt Marc ein lukratives Jobangebot aus South Carolina. Als künstlerischer Leiter soll er in einer bekannten Agentur in Greenville arbeiten. Und auch Janir bekommt einen Job bei Instrumentation Technologies. Mit ihrer jahrelangen Erfahrung als Marketingmanagerin freut auch sie sich auf diese neue Herausforderung und die beiden beschließen, einen Neuanfang zu wagen. Einfach zusammenzupacken und nach South Carolina umzuziehen. Marc hat später auch genau diese Zeit in South Carolina als die glücklichste Zeit in ihrer gesamten Ehe beschrieben. Es sollte ein Neuanfang nicht nur in beruflicher Hinsicht für ihn und Janir sein, sondern vor allen Dingen auch ein Neubeginn für sie als Paar. Und wenn man sich die Bilder anschaut, die in der Zeit in Greenville zwischen dem Jahr 2011 und dem Jahr 2016 von Marc und Janir gemacht worden sind, dann sieht man sie lächelnd, glücklich. Und man hat das Gefühl, dass sie trotz der Schwierigkeiten seit dem Verlust ihrer eigenen Firma, dem Umzug nach South Carolina, der neuen Arbeit und ihren vielen Auseinandersetzungen in der Vergangenheit jetzt beide trotzdem auf einen großartigen Neustart und eine gemeinsame Zukunft hoffen. Fünf Jahre vergehen, bevor Janir Gerardo dann Ende 2016 ihre Arbeit verliert. Ein harter Schlag für sie, denn Janir liebt ihre Arbeit und gerade dieser Job, den sie ja jetzt doch fünf Jahre in South Carolina gemacht hat, ist ihr besonders ans Herz gewachsen. Ohnehin ist sie ein Workaholic und deswegen ist das für sie schon sehr hart, dass sie jetzt genau diesen Posten eben verliert. Ich habe bei meiner Recherche in vielen Quellen gelesen, dass sie ihren Job deswegen verloren hat, weil ein Teil dieser Firma, nämlich der Teil, wo auch Janir gearbeitet hat, aufgelöst worden ist und dass sie nicht die Einzige war, die ihren Job verloren hat, sondern auch andere Mitarbeiter dieser Firma entlassen wurden. Ich habe aber in einer anderen Quelle, dazu möchte ich sagen, dass es nur eine Einzige war, gelesen, dass Janir ihren Job verloren hat, weil sich immer mehr Mitarbeiter über ihre Art und Weise beschwert haben, wie sie einfach in der Arbeit mit ihren Kollegen umgegangen ist. Vor allen Dingen, wie sie mit den Mitarbeitern umging, die ihr direkt unterstellt waren. Was da jetzt am Ende gestimmt hat, das ist für mich bei meiner Recherche nicht klar geworden. Ich möchte aber ganz klar sagen, dass es mehr Quellen gab, die ausgesagt haben, dass es um die Teilauflösung der Firma ging. Tatsache ist aber auch, dass Janir nach dem Verlust ihrer Arbeit große Schwierigkeiten hat, etwas Neues zu finden. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 46 Jahre alt und in diesem Alter, vor allen Dingen in dieser Branche, ist es sehr schwierig, etwas Neues zu finden, vor allen Dingen, wenn man so hohe Qualifikationen hat wie Janir. Denn die Firmen wollen eher junge Leute einstellen, denen sie dann dementsprechend auch nicht so viel bezahlen müssen. Das Ganze ist für Jean sehr frustrierend, sie ist unglücklich und findet sich eben jetzt auch erst einmal nichts Neues. Ganz im Gegensatz zu Marc, der immer noch in dem Job arbeitet, den er damals, als sie nach South Carolina gekommen sind, angenommen hat. Und er ist eigentlich noch ganz zufrieden damit. Trotzdem entscheiden sich die beiden dann, Anfang 2017 genau wieder das zu tun, was sie fünf Jahre zuvor schon einmal getan haben. Nämlich umzuziehen. Noch einmal einen Neustart zu wagen. In einer anderen Stadt mit neuer Arbeit Erfahrungen zu sammeln. Zunächst hatten sie wohl speziell die Stadt Denver im Auge, so habe ich gelesen. Aber sie beschließen dann, sich einfach mal überall kreuz und quer im ganzen Land mit ihren Qualifikationen, die sie haben, zu bewerben und einfach mal zu schauen, was da so kommt. Und was Marc Gerardo angeht, laufen die Dinge auch wieder sehr schnell sehr gut. Er bewirbt sich an verschiedenen Universitäten im ganzen Land und bekommt auch schnell eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch an der University of Delaware, wo man einen Creative Director sucht. Wenige Tage später ist er dort persönlich zum Vorstellungsgespräch und trifft dabei auch zum ersten Mal auf seine möglicherweise zukünftige Vorgesetzte. Auf die 33-Jährige Meredith Chapman. Meredith Chapman arbeitet schon eine ganze Zeit lang in ihrer Position als First Creative and Communications Director an dieser Universität von Delaware. Zuvor hatte sie aber bereits Erfahrungen als Journalistin gesammelt, für mehrere Zeitungen und fürs Fernsehen gearbeitet und zwei Jahre zuvor mit 31 Jahren um einen Sitz im Senat kandidiert. Außerdem war sie Organisatorin für diverse Hilfsorganisationen der Stadt und wurde im Jahr 2014 von der Delaware Business Times unter die 40 unter 40 vielversprechendsten Talente gewählt. Und umso länger Marc Gerardo jetzt bei diesem Vorstellungsgespräch mit ihr spricht, umso mehr verschwindet seine anfängliche Skepsis gegenüber der 15 Jahre jüngeren Meredith. Später hat er gesagt, dass er einfach hingerissen war während dieses ersten Zusammentreffens mit ihr. Sie strahlte unheimlich viel Energie und Leidenschaft für ihre Arbeit aus. Und er war schwer beeindruckt und auch verblüfft davon, wie dieses Vorstellungsgespräch, das am Ende mehr eine lockere Unterhaltung war, eigentlich abgelaufen ist. Das am Ende auch damit geendet hat, dass Marc, wenn er sich dafür entscheiden wollte, den Job auch bekommen könnte. Nach seiner Rückkehr nach South Carolina berichtet Marc jetzt seiner Frau Janier über das Vorstellungsgespräch seinen ersten Eindruck und er möchte den Job auch gerne annehmen. Und auch Janier ist dafür, denn die Bezahlung ist äußerst gut und gegen Delaware spricht von ihrer Seite aus auch überhaupt nichts. In den nächsten Tagen suchen die beiden sich ein Haus in Wilmington, also ganz in der Nähe der Universität in Delaware, wo Marc in zwei Wochen seinen neuen Job antreten soll. Doch da gibt es ein Problem. Das Haus, in dem die Gerardos in South Carolina in den letzten sechs Jahren gewohnt haben, muss verkauft werden. Und darüber hinaus gibt es auch noch das eine oder andere Organisatorische, was sich nicht von heute auf morgen so nebenbei erledigen lässt. Marc allerdings soll ja seinen neuen Job jetzt schon in knapp 14 Tagen antreten. Deswegen beschließen die beiden, sich sozusagen aufzusplitten. Marc soll schon einmal voraus umziehen. Janier verkauft das Haus in South Carolina, organisiert noch das eine oder andere und regelt finanzielle Dinge und würde dann in innerhalb von vier Wochen hinterherziehen. Es ist also alles in trockenen Tüchern und die Gerardos freuen sich auf ihren Umzug nach Delaware. Doch nur vier Tage bevor Marc voraus umziehen möchte, um dann seinen neuen Job zu beginnen, bekommt er einen Anruf aus Colorado. Am Telefon ist eine Firma, bei der sich Marc viele Wochen zuvor ebenfalls beworben hat. Ja, sein Gesprächspartner sagt, dass sie ihn unbedingt kennenlernen wollen, weil sie sehr begeistert gewesen sind von seinen Bewerbungsunterlagen. Marc ist so ein bisschen hin und her gerissen, denn eigentlich steht ja der Umzug nach Delaware schon fest. Sie haben ja auch schon ein Haus gemietet und mehr oder weniger sind die Umzugskisten schon gepackt. Doch er bespricht sich mit Janier und auch sie rät ihm dazu, dieses Bewerbungsgespräch in Colorado auf jeden Fall zu führen. Denn es hat sich bei dem Telefonat schon so ein wenig herausgestellt, dass diese Firma in Colorado um einiges mehr zu bieten hätte und dass der Job auch um einiges besser bezahlt wäre als der in Delaware. Deswegen entscheidet sich Marc dafür, zwei Tage später zunächst nach Colorado zu fliegen, um sich zumindest anzuhören, was bei diesem Bewerbungsgespräch für ihn herausspringen könnte. Was jetzt als nächstes kommt, fand ich ganz persönlich für diesen Fall sehr wichtig. Denn als Marc am Flughafen ist und eigentlich darauf wartet, dass sein Flieger landet, der ihn nach Colorado bringen soll, entscheidet er sich am Flughafen dafür, doch nicht dorthin zu fliegen. Und der Grund, warum er sich entscheidet, dort nicht hinfliegen zu wollen, ist Meredith Chapman. Diese Frau kommt ihm also jetzt am Flughafen wieder in den Sinn. Beziehungsweise er hat später auch gesagt, dass sie ihm eigentlich, seit er sie in Delaware bei dem Vorstellungsgespräch gesehen hat, schon überhaupt nicht mehr aus dem Sinn ging. Aber der Grund, warum er jetzt nicht nach Colorado geflogen ist, war sie. Denn er wollte unbedingt mit ihr zusammenarbeiten. Ob Marc seiner Frau, Janir, erzählt hat, dass er diesen Flug erst gar nicht angetreten hat, oder ob er ihr gesagt hat, dass er dort war, aber dass er doch kein Interesse jetzt hatte, das kann ich euch nicht sagen. Jedenfalls hat er dann später selbst zugegeben, dass er mehr oder weniger auf diesen eventuell besseren Job verzichtet hat, weil er mit Meredith zusammenarbeiten wollte. Zwei Tage später fährt Marc Garrado dann nach Delaware. Er zieht schon einmal in das gemeinsame Haus, das er und Janir gemietet haben, ein und fängt dann auch seinen neuen Job an der Universität an. In dieser Zeit der Trennung der Garrados telefonieren die beiden täglich mehrmals miteinander. Sie tauschen sich aus und erzählen, wie es jeweils auf der anderen Seite läuft und was es Neues gibt. Doch trotzdem werden jetzt 45 Tage vergehen, in denen sich Marc und Janir nicht sehen. Und in diesen 45 Tagen werden sich Marc und Meredith näher kommen. Zwei Wochen nach Arbeitsbeginn gehen Marc und Meredith nach Feierabend in eine Kneipe ganz in der Nähe der Universität. Sie trinken dort gemeinsam etwas und Marc hat später berichtet, dass es einfach, einfach gewesen ist, sich mit ihr zu unterhalten. Sie war unheimlich aufgeschlossen, hat viele Fragen gestellt, wollte alles über seine berufliche Vergangenheit wissen und aus, wir gehen als Kollegen in eine Bar nach Feierabend noch etwas trinken, wurde ein sechs Stunden langes, intensives Gespräch. Marc hat später erzählt, dass er sich selbst so ein bisschen über sich gewundert hat, weil er so offen mit Meredith gesprochen hat. Zum Beispiel hat er ihr auch über den Tod seines Bruders erzählt, der erst wenige Monate zurück lag und über den er eigentlich nicht sehr gerne gesprochen hat. Und man muss sich auch so ein bisschen wundern, denn Meredith ist ja nicht nur seine Vorgesetzte, sondern er kannte sie ja auch erst zwei Wochen. Und trotzdem war es eben ein sehr offenes Gespräch, wo eben auch sehr intime Dinge von beiden Seiten in dieses Gespräch mit eingeflossen sind. Aber Marc erzählt Meredith auch, dass er seit 25 Jahren verheiratet ist. Er erzählt ihr von Janir, er erzählt ihr von dieser Beziehung und auch Meredith auf der anderen Seite ist sehr offen gegenüber Marc. Auch sie erzählt, dass sie seit neun Jahren verheiratet ist, dass sie allerdings in ihrer Ehe nicht mehr glücklich ist und dass sie und ihr Mann schon seit zwei Jahren in getrennten Zimmern schlafen und dass sie schon sehr lange überlegt, die Scheidung einzureichen. Einige Tage später bemerkt Janir, die ja immer noch in South Carolina ist, dass auf der Kreditkartenabrechnung von Marc ein Betrag über 60 Dollar von dieser Bar aufgeführt ist. Da die beiden ja mehrfach täglich miteinander telefonieren, konfrontiert sie ihn damit und fragt ihn, mit wem er da in der Bar war und was es denn da für 60 Dollar alles Schönes gegeben hat. Und Marc sagt es ihr. Marc sagt ihr, er war mit Meredith, von der er Janir schon vorher berichtet hat, nach der Arbeit noch was trinken. Allerdings stellt er es wohl eher so dar, als wäre das eine Arbeitsverabredung gewesen. Also als wären die beiden aufgrund dessen, weil sie noch was Berufliches zu besprechen hatten, anschließend in diese Bar gegangen. Doch Janir glaubt ihm das nicht, denn wenn es jetzt ein Arbeitsessen oder ähnliches gewesen wäre, warum hat er dann das mit seiner Kreditkarte bezahlt? Also Janir hört die Glocken läuten und nimmt ihm das nicht so ganz ab und sagt ihm auch, dass ihr das nicht passt. Doch auch wenn Marc jetzt weiß, dass seine Frau nicht begeistert davon ist, dass er mit seiner 16 Jahre jüngeren Vorgesetzten nach der Arbeit hier und da mal irgendwo was trinken geht, fährt Marc damit auch in den nächsten beiden Wochen fort. Er trifft sich immer mal wieder nach der Arbeit mit Meredith. Zum Beispiel zum Sport, sie gehen gemeinsam laufen, sie verstehen sich sehr gut und an einem Abend sind sie dann auch miteinander essen und als sie sich voneinander verabschieden, da küssen sie sich. Marc hat erzählt, dass er diesen Kuss sofort bereut hat, weil er wusste, dass es nicht richtig ist und dass es auch nicht so gewesen wäre, dass er zu diesem Zeitpunkt Janir nicht mehr geliebt hat. Allerdings musste er sich dann wohl auch eingestehen, dass das mit Meredith nicht einfach nur irgendwas ist, was schnell wieder weggeht, sondern dass da doch mehr dahinter steckt. Und Meredith hat ihm auch dasselbe gesagt. Also dass da auch bei ihr sehr viel mit im Spiel ist und ja, dass es ihr eben doch sehr ernst ist mit dem, was sich da jetzt gerade anzubahnen scheint. Eine Woche später, im Januar 2018, kommt aber jetzt auch Janir Gerardo in Delaware an. Das Haus in South Carolina ist verkauft, alle finanziellen Dinge sind geregelt und gemeinsam mit den beiden Golden Red Reavern zieht sie also jetzt in das Haus ein, in dem ihr Mann bereits seit fünf Wochen alleine wohnt. Doch die Stimmung nach dem Einzug ist nicht gut. Erstens einmal deswegen, weil es Janir nicht gelungen ist, einen Job zu finden in der neuen Stadt. Aber zweitens und viel entscheidender, weil Mark sich gegenüber ihr sehr abweisend und distanziert verhält und sie merkt sofort, dass irgendetwas nicht stimmt und vermutet, dass er eben eine Affäre hat. Und sie spricht ihn direkt an, ob er eine Affäre hat und vor allen Dingen, ob er sie mit Meredith hat. Eigentlich wäre spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo Mark Gerardo seiner Frau reinen Wein einschenken sollte. Doch genau das tut er nicht. Er streitet ab, mit Meredith eine Beziehung zu haben und er sagt, dass das einfach alles rein beruflich ist. Dass er sich mit ihr versteht, aber dass das nicht über das Berufliche hinausgeht. Was einfach glatt gelogen ist, denn zu diesem Zeitpunkt wusste er ja schon, dass da mehr dahinter steckt und geküsst hat er sie ja im Prinzip auch schon. Trotzdem streitet er alles ab, doch Janir glaubt ihm kein Wort. Und sie fängt jetzt damit an, ihn zu überwachen, denn sie ist sich sicher, dass er etwas verheimlicht. Sie näht in seine Kleidung, die er zur Arbeit trägt, kleine Sender ein. Sie installiert eine Spy-Software auf seinem Handy und schafft es außerdem, wie auch immer, alle Nachrichten, die Mark auf seinem Handy schreibt, auf ihr Handy überstellt zu bekommen. Fragt mich aber bitte nicht, wie sie das gemacht hat. Ich kenne mich damit nicht aus, ich kann euch das nicht sagen, aber sie hat ihn abgehört, sie hat ihn ausspioniert und sie hat es eben auch geschafft, sämtlichen E-Mail-Verkehr oder auch SMS-Verkehr, den er mit wem auch immer hatte, dann auf ihrem Handy zu lesen. Am Valentinstag im Februar 2018, nur wenige Wochen nachdem Janir in Delaware angekommen ist, präsentiert sie jetzt also beim Abendessen ihrem Mann Mark ihre gesammelten Beweise. Textnachrichten, E-Mails zwischen ihm und Meredith und auch die abgehörten Telefonate spielt sie ihm vor. Das sind also eindeutige Beweise, dass Mark sie nicht nur belogen hat, sondern dass er sie offenbar wirklich mit Meredith betrügt. Und nach diesen vorgelegten Beweisen gesteht Mark. Er gibt zu, dass er sehr viel mehr für Meredith empfindet, als er zunächst gedacht hat. Weswegen er auch gezögert hat, ihr etwas zu sagen. Was Janir jetzt aber ganz besonders hart trifft, ist nicht nur, dass ihr Mann sie belogen und auch betrogen hat, sondern dass für Mark da offensichtlich viel mehr dahinter steckt. Er hat später auch erzählt, dass er den Eindruck hatte, dass Janir dachte, es geht um etwas Sexuelles. Um eine flüchtige, kurze Affäre, um eine kleine Midlife-Crisis. Doch Mark sagt ihr auch, nachdem sie ihn mit diesen Beweisen konfrontiert, dass es mehr ist. Und er sagt ihr auch, dass es von der anderen Seite, also von Merediths Seite, genau das Gleiche ist. Nach diesem Geständnis haben die beiden wohl ein sehr langes, intensives Gespräch miteinander geführt und beschlossen, in der darauf folgenden Woche eine Beratungsstelle aufzusuchen. Ich konnte bei meiner Recherche leider abschließend nicht definieren, ob es sich bei dieser Beratungsstelle um eine Eheberatung oder um eine Beratung für Paare, die sich vielleicht trennen wollen, gehandelt hat. Es gibt wohl beides, wo man sich da hinwenden kann, aber was die Gerardos dann da jetzt im Endeffekt, wo den Termin vereinbart haben, das weiß ich nicht. Sie haben auf jeden Fall beschlossen, einer dritten Person über ihre aktuelle Lage zu erzählen und einfach auszuloten, wie die Möglichkeiten sind, was man tun kann, was im Falle einer Trennung passiert und, und, und. Also, das war wohl der Sinn und Zweck dieses Termins. Doch zu diesem Termin kommt es ohnehin nicht. Denn in der darauffolgenden Woche macht sich Marc Gerardo gerade im Badezimmer fertig, um mit seiner Frau zu diesem Termin zu fahren, als er feststellt, dass in der Innenseite seines Sackos eine Art Sender eingenäht ist. Genia hatte eine Woche zuvor versprochen, ihn nicht mehr zu überwachen oder ihn auszuspionieren. Ja, allerdings findet er jetzt eben diesen Peilsender da in seinem Sacko und als er anschließend zu seinem Schreibtisch geht, um sich hinzusetzen und den Termin abzusagen, weil er stinksauer ist, findet er unter seinem Schreibtisch ein Abhörgerät, mit dem Genia offensichtlich auch in dieser Woche weiterhin seine Gespräche, die er im Büro geführt hat, abgehört hat, aufgenommen hat. Als Genia nach Hause kommt, in der Annahme, dass es gleich losgeht zum Beratungstermin, konfrontiert Marc sie mit seinem Fund in seinem Sacko und auch mit dem Fund unter seinem Schreibtisch. Er ist stinksauer auf sie und die beiden streiten miteinander. Und dann eröffnet Genia ihm, dass sie heute am Vormittag an seinem Arbeitsplatz in der Universität angerufen hat und dort erzählt hat, dass er mit seiner Vorgesetzten Meredith Chapman eine Affäre hat. Damit nicht genug, gesteht Genia dann auch noch, dass sie nicht nur bei Marc und Meredith Arbeit angerufen hat, sondern auch bei Meredith Ehemann Luke Chapman. Auch ihm hat sie von der Affäre seiner Frau mit ihrem Mann erzählt. Ja, jetzt eskaliert die ganze Situation im Hause Gerardo, denn Marc hat später erzählt, dass er vor Wut den Kaffeetisch, der vor ihm stand, im Wohnzimmer der beiden umgeworfen hat. Er ist völlig ausgeflippt. Er hat Genia angeschrien. Er hat ihr Dinge an den Kopf geworfen, die er auch nicht hätte sagen sollen, wie er später erklärt hat und die er auch bis heute bereut. Er hat nie gesagt, was er zu ihr gesagt hat. Jedenfalls hat das, was er gesagt hat, dazu geführt, dass sie gedroht hat, aus dem Fenster im ersten Stock des Hauses zu springen. Das Ganze ist also völlig außer Kontrolle geraten. Trotzdem läuft es jetzt wieder so, wie es schon in der Vergangenheit immer mal wieder bei den Gerardos gelaufen ist. Sie reden wieder miteinander und sie schaffen es trotzdem irgendwie, sich zusammenzuraufen in dieser Nacht. Und am nächsten Morgen fahren sie gemeinsam zu dieser Beratungsstelle, wo sie eigentlich schon am Tag zuvor hinfahren wollten. Außerdem macht Marc einen Termin für Genia bei einem Psychologen aus, wohin er sie dann auch begleitet. Und in den folgenden Wochen geht Genia auch immer wieder zu diesem Psychologen. Denn die Tatsache, dass sie gedroht hat, aus dem Fenster zu springen und dass das hier jetzt alles gerade eskaliert und Marc das Gefühl hat, dass er die Lage nicht mehr im Griff hat, hat ihm Angst gemacht. Und dementsprechend hat er diesen Beratungstermin mit ihr wahrgenommen und auch dafür gesorgt, dass sie sich eben psychologische Hilfe sucht. Denn für ihn steht fest, er möchte diese Ehe nicht mehr weiterführen. Er will sich von Genia trennen und mit Meredith zusammen sein. Trotzdem bleibt er weiterhin erst einmal noch im gemeinsamen Haus wohnen und in den nächsten Wochen entspannt sich die Situation zwischen Marc und Genia immer mehr. Meredith auf der anderen Seite hat natürlich ganz bald von dem Anruf von Genia in der Universität erfahren. Und natürlich hat sie von ihrem Ehemann Luke auch gehört, dass er ebenfalls einen Anruf von Marc's Frau bekommen hat, die ihn dann über die Affäre informiert hat. Merediths Ehe war allerdings, das hatte ich euch vorher schon gesagt, sowieso schon längere Zeit am Ende. Die beiden hatten seit über zwei Jahren nicht mehr im selben Raum zusammengeschlafen. Deswegen reicht sie jetzt auch endgültig die Scheidung ein. Doch eine Sache wird sowohl Meredith als auch Marc sehr schnell klar. Nämlich, dass sie unter den Umständen nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz in der Universität zusammenarbeiten können. Es weiß jetzt jeder Bescheid und es wird natürlich getuschelt ohne Ende. Für Marc und Meredith ist aber trotz dieser ganzen Probleme außen herum nach wie vor klar, dass sie zusammen sein wollen. Dass sie zusammen weggehen wollen und woanders gemeinsam richtig durchstarten möchten. Meredith hat einer guten Freundin in dieser Zeit berichtet, dass sie weiß, dass es wahrscheinlich nicht sehr leicht werden wird, bis am Ende die beiden wirklich in Ruhe zusammen sein können. Aber dass sie weiß, dass Marc der Richtige ist und dass sie sich nichts sehnlicher wünscht, als für den Rest seines Lebens mit ihm zusammen zu sein. Kurz nachdem Marc und Meredith ihre Jobs in der Universität gekündigt haben, tut sich, zumindest auf der Seite von Meredith, etwas Neues auf. Sie bekommt ein Jobangebot für einen Posten als Assistant Vice President an der Villanova University im 80 Kilometer entfernten Ratner Township, den sie auch annimmt. Sie mittelt sich ein Haus in einem sehr noblen Viertel dieser Kleinstadt und zieht zunächst einmal alleine dort ein. Es war aber wohl geplant, dass Marc, der in der Zwischenzeit versucht, die Scheidung von seiner Frau in die Wege zu leiten, sobald wie möglich nachziehen wollte. Und während das jetzt alles nach und nach seinen Gang geht und Meredith in ihrem neuen Haus ankommt und ihren neuen Job beginnt und darauf wartet, endlich irgendwann demnächst mit Marc fest zusammen zu sein und dieser wiederum auf der anderen Seite versucht mit Janir die Dinge zu regeln, seine Scheidung selbst voranzubringen, um dann ebenfalls bei Meredith sein zu können, ist das für Janir alles ein Albtraum, den sie nicht akzeptieren möchte. Sie versucht in dieser Zeit, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um ihre Ehe zu retten und Marc zurückzugewinnen. Doch alle Versuche, die Dinge noch einmal zu wenden, scheitern für Janir. Marc ist fest entschlossen, sich scheiden zu lassen und mit Meredith zusammen zu sein. Doch bis alles halbwegs geregelt ist, bleibt er weiter bei seiner Frau. Und es hat den Anschein, dass Janir sich mit den Wochen, die vergehen, mehr und mehr damit abgefunden hat, dass es kein Zurück mehr gibt. Auch sie telefoniert letztendlich mit einem Anwalt und nimmt auch weiterhin die Termine bei dem Psychologen wahr. Und sie spricht wohl auch mit einem ihrer Familienmitglieder, mit dem sie Kontakt aufnimmt, über ein Leben nach Marc. Marc. Kommen wir jetzt in den April 2018. Fünf Monate ist es her, seit Marc und Meredith sich damals beim Vorstellungsgespräch zum ersten Mal gesehen haben. Und zwei Monate ist es her, seit Janir über die Beziehung der beiden Bescheid weiß. Die Scheidung von Meredith und ihrem Mann ist über die Bühne und auch bei Janir und Marc soll es in wenigen Wochen Anfang Mai endgültig soweit sein. Am Morgen des 23. April 2018 postet Meredith Chapman ein Bild auf Instagram. Im Hintergrund sieht man die Villanova University, also ihren neuen Arbeitsplatz. Und unter dem Bild schreibt Meredith, dass sie wahnsinnig glücklich ist, dass ihr neuer Job unheimlich viel Spaß macht und dass sie sich auf alles freut, was jetzt einfach noch kommen wird. Und während Meredith sich gegen 18 Uhr von ihrem Arbeitsplatz auf dem Weg nach Hause zu ihrem Haus macht, sitzt Marc Gerardo inzwischen im 80 Kilometer entfernten Wilmington in einem Restaurant in der Stadt. Er wartet dort auf seine Frau Janir, mit der er sich zum Essen verabredet hat. Marc hat an diesem 23. April 2018 das Haus schon frühmorgens verlassen. Er musste einige Dinge regeln und erledigen und hat sich dann eben für den Abend mit Janir in diesem Lokal in Delaware zum Essen verabredet. Es mussten noch einige Details wegen dem bevorstehenden Scheidungstermin im Mai besprochen werden. Und ja, sie haben eben ausgemacht, da sich die Stimmung in den letzten Wochen zwischen ihnen sehr verbessert hat, dass sie in diesem Restaurant bei einem gemeinsamen Essen darüber sprechen wollen. Marc ist noch etwas zu früh dran. Er setzt sich in den Außenbereich vor das Restaurant. Die Sonne scheint, er bestellt sich ein Getränk und hält nach Janir Ausschau, die eigentlich jeden Moment auftauchen müsste. Doch auch als der verabredete Zeitpunkt verstreicht, ist sie noch nicht da. Allerdings bekommt Marc eine Nachricht von Janir. Sie schreibt, dass sie sich verfahren hat und dass sie gleich da sein wird. Und Marc denkt sich auch nichts dabei, denn wie gesagt, Janir ist noch nicht lange in der Stadt und da sie sich auf dem Weg zu einem der vielen Restaurants verfährt, das ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Deswegen wartet er einfach ab. Doch zehn Minuten vergehen und Janir ist immer noch nicht da. Marc greift zu seinem Handy, um sie anzurufen und zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Doch in dem Moment, als er zu seinem Handy greift, kommt eine neue Nachricht von Janir. Sie schreibt, Also, ich komme nicht, fahr einfach nach Hause. Marc ist verwirrt. Er versteht nicht, warum sie jetzt auf einmal überhaupt nicht kommen will und die Verabredung so kurzfristig cancelt. Deswegen beschließt er jetzt, sie anzurufen. Er hat sein Handy in der Hand, er will gerade ihre Nummer wählen. Da bekommt er wieder eine Nachricht von Janir. Dieses Mal ist es ein Foto. Und als Marc dieses Foto öffnet, da packt ihn blanke Angst. Denn auf diesem Bild ist eine blaue Mülltonne zu sehen. Offensichtlich hat jemand in diesem Müll herumgewühlt. Und ganz oben auf, auf dem Müll, liegt ein benutztes Kondom. Marc wird schlagartig klar, dass es sich bei der Mülltonne, die man auf dem Bild sehen kann, um die blaue Mülltonne handelt, die vor Meredith House in Redner Township steht. Denn man sieht auch neben der Mülltonne auch noch so ein bisschen was dahinter. Und er erkennt sofort, dass das eben der Bereich vor Meredith House ist. Er bekommt Angst, denn es wird klar, dass Janir überhaupt nicht vorhatte, ins Restaurant zu kommen. Und dass sie stattdessen offensichtlich gerade 80 Kilometer weit weg vor Meredith House steht. Aus Marks Angst wird nackte Panik, als er nur Sekunden, nachdem Janir ihm das Bild von der Mülltonne gesendet hat, sie ihm erneut eine Nachricht schickt. Sie schreibt, du hast mein Leben ruiniert. Ich hoffe, dass du nie wieder glücklich werden willst. Mach's gut, Marc. Marc springt in sein Auto und fährt jetzt mit Vollgas die 80 Kilometer nach Rodner Township zu Meredith House. Auf dem Weg ruft er mehrfach seine Frau Janir und auch Meredith immer wieder an, doch er kann beide nicht erreichen, beide gehen nicht ans Telefon. Er schreibt mehrere Nachrichten, sowohl an Janir als auch an Meredith, doch auch da, er bekommt keine Antwort. Als Marc am Haus von Meredith ankommt, dämmert es bereits. Er stellt seinen Wagen in die Einfahrt und läuft zur Haustür. Neben der Haustür ist das große Fenster, wo man direkt in die Küche sieht. Und bevor er die Tür auch sperrt, schaut er noch durch das Küchenfenster hinein und sieht da bereits, dass Meredith mit dem Gesicht nach unten auf dem Küchenboden liegt. Er stürmt ins Haus, in die Küche und sieht dann, dass sie leblos in einer großen Blutlache liegt. Marc stürzt jetzt sofort ans Telefon, um die Polizei und den Notarzt anzurufen. Und als er das Telefon wieder einhängt und sich umdreht, fällt sein Blick in den langen Gang des Hauses, wo er dann eine weitere Person auf dem Boden liegen sieht. Als er näher kommt, stellt er fest, dass es sich dabei um seine Frau Janir handelt. Der Notarzt, der wenige Minuten später eintrifft, kann nur noch den Tod beider Frauen feststellen. Und im Anschluss wird jetzt das Haus und auch das komplette Grundstück von der Polizei abgesperrt. Ja, schnell kann die Spurensicherung herausfinden, dass in das Haus von Meredith Chapman eingebrochen worden ist, und zwar durch ein Fenster auf der Vorderseite. Dieses ist eingeschlagen und offensichtlich hat derjenige, der eingebrochen ist, durch das eingeschlagene Fenster nach innen gegriffen, den Hebel des Fensters nach oben gestellt, somit das Fenster aufgedrückt und ist dann ins Haus hineingekommen. Da Marc derjenige war, der die beiden Frauen im Haus gefunden hat und da auch derjenige war, der die Polizei und den Notarzt angerufen hat und darüber hinaus die Polizei jetzt herausfindet, dass eine der beiden toten Frauen seine Frau und die andere seine Affäre gewesen ist, ist er zunächst der Hauptverdächtige. Doch die Arbeit der Forensiker, der Spurensicherung und auch der Tatortanalysten geht in den folgenden Stunden die ganze Nacht hindurch bis auch in den nächsten Morgen hinein weiter. Und anhand dieser Ermittlungen kann man ganz schnell feststellen, dass Marc nichts mit dem zu tun hat, was in diesem Haus passiert ist. Sehr wohl aber lässt sich schnell rekonstruieren, auch dank der Arbeit der Polizei am nächsten Tag und auch in den folgenden Tagen, was sich da tatsächlich abgespielt hat. Unter dem Körper von Janir Gerardo finden die Ermittler einen Revolver. Diesen Revolver hat Janir sich zwei Wochen zuvor in einem Waffengeschäft gekauft. Auf dieser Waffe befinden sich ihre Fingerabdrücke und mit dieser Waffe wurde Meredith Chapman erschossen. Die Ermittlungen ergeben weiterhin, dass Janir bereits zwei Wochen zuvor in das Büro einer Autovermietung in Wilmington kam, um sich dort ein Auto für längere Zeit auszuleihen. Mit diesem Auto ist sie dann 80 Kilometer zu Meredith Haus gefahren. Und zwar offenbar mehrfach. Deiner Nachbar von Meredith, der von der Polizei befragt wird, sagt aus, dass er in den Tagen vor dem Mord an ihr immer mal wieder eine Frau gesehen hat, von der er das Gefühl hatte, dass sie nicht hierher gehört und dass sie das Haus von Meredith beobachtet. Einmal hat er gesagt, hätte er diese Frau auch mitten im Garten von Meredith stehen sehen und sie hätte ein Fernglas um den Hals gehängt gehabt. Er hat dann wohl auch diese Frau angesprochen von etwas weiter weg und sie gefragt, was sie hier macht und ob sie irgendjemanden sucht. Doch die Frau hätte dann nur irgendetwas gemurmelt und wäre schnell davongegangen. Man kann davon ausgehen, dass es sich bei dieser Frau, die der Nachbar in den Tagen vor dem Mord gesehen hat, um Janir Gerardo gehandelt hat. Allerdings konnte sie der Nachbar nicht einbarmfrei identifizieren, was daran lag, dass diese Frau laut seiner Aussage einen langen schwarzen Mantel sowie eine Sonnenbrille und auch einen Hut getragen hat. Deswegen ist sie ihm auch aufgefallen, aber er konnte sie dann eben nicht identifizieren. Man kann aber davon ausgehen, dass es Janir Gerardo gewesen ist, die eben diese Tat geplant und Meredith dementsprechend vorher ausspioniert hat. Herausfinden wollte, wann sie zu Hause ist, wann sie nicht zu Hause ist, wann sie morgens zur Arbeit fährt, wann sie abends wieder nach Hause kommt und so weiter. Was die Polizei jetzt in den folgenden Tagen noch herausfindet, ist, dass Janir offenbar nie damit aufgehört hat, Mark auszuspionieren. Man findet im Haus weitere Abhörgeräte. Auch in seiner Kleidung findet man überall diese kleinen Sender, die er ja selber schon entdeckt hat, als er eben seinen Sakko angezogen hat. Doch sie hat sie im Prinzip in all seine Jacken irgendwie eingenäht. Außerdem findet man auch im Haus der Gerardos eine Kiste, wo insgesamt 15 Notizbücher von Janir drin liegen, die alle von hinten bis vorne vollgeschrieben sind. Und als sich die Ermittler diese Notizbücher anschauen, stellen sie fest, dass das, was Janir dort aufgeschrieben hat, in diesen 15 Notizbüchern, alle Gespräche sind, die Meredith mit Mark geführt hat, die von Janir abgehört worden sind. Also sie hat alles niedergeschrieben in diesen Heften. Sie hat also diese ganzen Hefte sozusagen vollprotokolliert mit den Gesprächen, die sie zwischen Mark und Meredith abgehört hat, seit sie von dieser Affäre erfahren hat. Außerdem findet die Polizei dann auch sowohl an Meredith als auch an Marks Auto einen Peilsender. Man kann dann wohl auch rekonstruieren, dass Janir diese Peilsender erworben hat und dass sie sich auch genau darüber informiert hat, wie man diese anbringt und wie man auch diese Ergebnisse, die diese Peilsender liefern, auswertet. Der Wagen von Janir wird von der Polizei zwei Querstraßen von Merediths Haus entfernt in einer Seitenstraße gefunden. Im Auto findet man ein Fernglas, Munition für den Revolver, Gummihandschuhe und eine Perücke. Als die Polizei ihre Ermittlungen im Haus von Meredith Chapman abgeschlossen hat und auch die Ermittlungen rund um Janir Gerardo und auch als die Berichte der Gerichtsmedizin, wo eine Autopsie an beiden Frauen durchgeführt worden ist, zurückkommen, stellt sich ein glasklares Bild für die Polizei dar. Am 23. April 2018 überredet Janir ihren Mann, sich um Details der bevorstehenden Scheidung zu besprechen, mit ihr zum Essen in einem Restaurant in der Stadt zu treffen. Doch Janir hatte nie vor, dort hinzufahren. Sie macht sich stattdessen mit der von ihr gekauften Waffe gegen 16.30 Uhr auf den Weg zu Merediths Haus. Sie weiß genau, dass Meredith erst gegen 19 Uhr von der Arbeit nach Hause kommt. Sie schlägt ein Fenster ein, greift nach innen, dreht den Hebel nach oben, wo man später auch ihre Fingerabdrücke findet, gelangt so ins Haus und wartet. Als Meredith die Tür zu ihrem Haus aufsperrt und ihre Küche betritt, wird sie von Janir erschossen. Sie ist sofort tot. Nachdem sie Meredith ermordet hat, schießt sich Janir Gerardo mit derselben Waffe eine Kugel in den Kopf. Janir hat einen Brief hinterlassen, den die Polizei auch bei ihrer Ermittlungsarbeit gefunden haben. In diesem Brief hat Janir geschrieben, dass sie Mark und Meredith mit dem, was sie getan haben, nicht davon kommen lassen darf. Außerdem hat sie geschrieben, dass sie Respekt verdient hat und Gerechtigkeit verlangt. Und am Ende schreibt sie, I need to take my matters into my own hands. Ich muss die Dinge jetzt wohl selbst in die Hand nehmen. Der Fall bekommt in den Tagen und Wochen nach Meredith und Janis Tod sehr viel Aufmerksamkeit. Und es dauert nicht lange, bis sich natürlich auch die sozialen Medien darüber hermachen. Und genau dort ist der Schuldige für diese Tragödie, wie es heißt, beziehungsweise die Schuldigen, auch ganz schnell ausgemacht. An erster Stelle steht Mark. Kurz danach kommt Meredith. Und ich möchte hier in meinem Video auf gar keinen Fall diesen unglaublichen Aussagen und Beschimpfungen, die vor allen Dingen auch gegenüber Meredith in den sozialen Medien aufkamen und die ich auch zum Teil noch lesen konnte, auch nur so viel Raum geben. Aber ich glaube, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was da alles gesagt wurde. Sowohl über Mark, als aber auch über Meredith. Nach dem Mord an Meredith und dem Selbstmord seiner Frau verbringt Mark einige viele Wochen in einer Klinik und beginnt danach eine Therapie, bevor er ein Dreivierteljahr später dann nach Kalifornien zieht. In den folgenden zwei Jahren gibt er trotz mehrfacher Anfrage von Journalisten, Talkshows, Fernsehshows und so weiter kein einziges Interview. Allerdings veröffentlicht er im Jahr 2020 sein Buch mit dem Titel Irreparabel. In diesem Buch erzählt er seine Geschichte, die Geschichte von ihm und Genea, von ihrer Ehe und von allem, was dann im Jahr 2018 in Delaware passiert ist. All das Geld, was durch den Verkauf dieses Buches hereinkommt, spendet Mark dann an zwei Hilfsorganisationen. Zum einen an eine Organisation, die sich für psychisch Kranke einsetzt und die eben neue Therapieplätze schafft, so wie ich das gelesen habe. Und die andere Hälfte spendet er an die Golden Red River Rescue Organization. Das musste ich jetzt nur noch mal nachlesen. Also das ist quasi eine Organisation, die sich irgendwie ja, um Golden Red River oder um Hunde allgemein kümmert. Meredith Chapman war eine intelligente, lebensfrohe, wundervolle junge Frau, die wahrscheinlich, so wurde es ihr ja auch prophezeit, eine glorreiche Zukunft vor sich hatte, auf die sie sich, wie sie ja auch in ihrem letzten Post dann geschrieben hat, wahnsinnig gefreut hat. Doch das alles endete am 23. April 2018, als Meredith völlig ahnungslos die Haustür zu ihrem neuen Zuhause aufgesperrt hat, wo die Frau des Mannes, in den sie sich verliebt hat, mit einer geladenen Waffe auf sie gewartet hat und sie getötet hat. Janier konnte den Gedanken nicht ertragen, dass Mark sie für eine andere Frau verlässt. Und eine Psychologin, die sich mit diesem gesamten Fall später auch noch mal eingehend beschäftigt hat, hat in einem Interview gesagt, dass für sie es ganz klar ersichtlich ist, dass Janier diese Entscheidung, Meredith, und anschließend dann sich selbst umzubringen, ganz bewusst getroffen hat. Also, dass sie lieber ihr eigenes Leben beenden wollte und das von Meredith, um zu verhindern, dass Mark die Möglichkeit hat, mit ihr zusammen zu sein. Janier ist ihr Mann in diese neue Stadt gefolgt. Die beiden hatten Jahre zuvor schon einmal gemeinsam neu angefangen. Und was darauf gefolgt ist, war die schönste Zeit, die sie in ihrer Ehe gemeinsam hatten. Und ich denke, dass Janiers Hoffnungen groß waren, dass ihnen das jetzt vielleicht auch wieder gelingen könnte. Doch als ihr klar wurde, dass das diesmal nicht so sein wird und dass ihr Mann tatsächlich vorhat, sie zu verlassen, glaube ich, dass das unfassbar zerstörerisch für Janier Gerardo gewesen ist. Ich habe mich nach Abschluss dieser Recherche noch lange Zeit gefragt und tue es auch jetzt gerade in diesem Moment wieder, ob es irgendetwas geändert hätte, wenn Mark Janier, nachdem sie in Delaware angekommen und ihn damit konfrontiert hat, ob er eine Affäre hat, die Wahrheit gesagt hätte. Ich weiß es natürlich nicht, aber meine ganz persönliche Meinung und das natürlich reine Spekulation ist, dass es wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht hätte. Weil ich glaube, dass es Janier noch nicht einmal so näher darum ging, dass Mark sie angelogen hat, sondern es ging ihr einfach darum, dass früher oder später klar war, dass er sie verlassen wird. Und dass es kein Zurück mehr gibt. Und dass egal, was sie versucht und was sie tut und was sie alles probiert, es keine Zukunft mehr gibt, weil er diese Zukunft nicht will. Und diese Erkenntnis, glaube ich, hat im Prinzip zu dem geführt, was passiert ist und nicht die Tatsache, dass er ihr nicht direkt gleich die Wahrheit gesagt hat. Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung. Dieser Fall ist einfach unglaublich und hat mich während der Recherche auch sehr bewegt. Und am Ende sitzt man da und weiß eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Betrügen, Lügen, Verheimlichen, Hintergehen, das sind alles keine schönen Dinge. Und das sind Dinge, die man auf keinen Fall tun sollte. Erst recht dann nicht, wenn man jemanden gegenüber hat, der einem eigentlich Vertrauen schenkt. Allerdings rechtfertigt das natürlich nicht diese Tat. Es hat mich nicht schockiert, denn ich beschäftige mich dafür einfach schon so lange mit True Crime, dass mich sowas noch schockieren könnte. Aber ich fand es wieder sehr interessant und erhellend, auch bei diesem Fall Kommentare zu lesen unter Videos, unter Podcasts, unter Zeitungsartikeln, Inforen, wo die Leute sich einfach ausgetauscht haben, wo sie über diesen Fall gesprochen haben. Manchmal auch aufgrund einer Schlagzeile wie Ehe-Drama endet blutig im Haus der Geliebten oder sowas und sich dann die Leute einfach mal kurz eben die drei Zeilen durchgelesen haben und dann ihren Senf dazu gegeben haben. Meredith Chapman ist tot. Sie hat Eltern, sie hat Geschwister, sie hat Freunde, die sie vermissen und dann schreiben Leute, dass es diese Schlampe doch verdient hat zu sterben und dass Jania eigentlich nicht sich selbst, sondern lieber noch Mark mit hätte erschießen sollen. Dann wäre das Ganze so richtig toll gelaufen. Das liest man wirklich oder habe ich zumindest so oft gelesen und auch in abgespeckterer Form. Aber es war schon wirklich teilweise sehr heftig, was ich da wieder alles gelesen habe bei dieser Recherche. Auf der anderen Seite habe ich dann wieder an Jania gedacht, dass sie sich ja auch selbst erschossen hat und dann habe ich weiter überlegt und mir wurde klar, wie unfassbar schrecklich es für diese Frau gewesen sein muss, jetzt damit leben zu müssen oder die Aussicht zu haben, damit leben zu müssen, dass ihr Mann sie wegen dieser Frau verlässt. Und dass es für sie so unerträglich war, dass sie selbst das nicht erleben wollte, aber auch nicht wollte, dass Mark es erlebt und Meredith deswegen umgebracht hat. Und das war für mich auch wieder so. Sie hat sich auch selbst das Leben genommen. Ich glaube, dass das, was Mark getan hat oder was Meredith und Mark getan hat, wie auch immer, dass das keine Rechtfertigung für das sein kann, was Jania getan hat. Wo kämen wir auch hin, wenn es so wäre, wenn man mal weiter darüber nachdenkt. Aber was denkt ihr eigentlich über diesen Fall? Schreibt mir natürlich wie immer, meine Lieben, gerne Feedback, eure Meinung unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Fall zu sagen habt. Ja, damit verabschiede ich mich für heute von euch, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und hoffe, wir sehen uns ganz bald im nächsten Video dann wieder. Bis dahin, macht's gut.